Ja hallo und herzlich willkommen bei mir in dem Blue LP. Ja ihr habt sehr lange Zeit gewartet. Ich hab mir auch sehr lange Zeit gelassen um wieder ein neues Let's Play aufzunehmen. Ja und wir standen gleich mal mit nem Horror Game und zwar mit dem Titel von Krillbyte Studios. Und Among the Sleep. Und ich will ehrlich gesagt nicht wirklich so lange davor quatschen. Machen wir einfach mal neue Story. Yo Control da bla 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 yo. Press Any K to continue. Der Anfangsbildschirm ist ja irgendwie wirrisch. So als hätte man Drohungen genommen. Aber irgendwie hört man im Hintergrund die Mutter. Ich will wegwerfen, ich will wegwerfen. Mutti mach ich nicht. Ich hab Hunger. Rine machen, ich muss zeitlich auf den Zug. Wird das heute noch pass? Yeah. Gut am Anfang darf man Quatsch machen. Happy Birthday Sweetie. Wüss. Ich hab doch heute nur noch gar nicht Geburtstag. Ich denke, ich weiß ein bisschen jemanden, der bereit ist für ein Kuchen. Nö. Chugga-chugga-chugga-chugga-choo-choo-choo. Hier kommt es. Durch den Tunnel. Choo-choo. Ich werde... Hmm. Ich werde gleich zurück. Ja, dann mach. Ich will noch mehr von meinem Kuchen. What are you doing? What are you doing now? V-Tiff. No. No. Strange. Hey, you. Really strange. Was ist denn das? Mein großes Geschenk? Gib her, gib her, gib her. Ich hatte nur einen Löffel. Mir hast du mir auch nicht gegeben. Mama, du hast schon eine große Nase. Hey, nicht küssen. Küssen verboten. So. Ja, das war der Vorspann. Strange, was da gerade eben war, als sie zur Tür ging. Ich glaube aber, das war mein Vater. Vielleicht ist ja auch das Geschenk dann von ihm, jo. Mal gucken. Ja, wie ich schon gesagt habe, Rill by Studios. Mit dem Titel Among the Sleep. Und wie es aussieht, bin ich ein Kind. Hier sind wir. Hm, jetzt schauen wir, was drin ist. Vielleicht ist es ein neues Spiel. Ne, ich will nicht gucken. Ich will schlafen. Ahhhh. Was ist denn das? Teddy? Be a deer and play for a bit. Mommy will be right back. Und du machst es kurz auf. Und dann klingelt das Telefon. Geht ja mal gar nicht. So. Ist der Teddy lebendig oder warum hüpft das Geschenk? Naja. Ich glaube, um das herauszufinden, ob der lebendig ist. Also nicht, müssen wir irgendwie rauskommen. Yeah. Autsch. Yeah. Ball gehen wir zur Seite, ja. Das Ganze ist auf Englisch. Ja. Die Übersetzung ist wahrscheinlich noch nicht, ähm, so richtig. Aber man kann es eigentlich, ähm, man kann es verstehen. Was der von einem von uns will. Yeah. Man kann es... Man kann es... Ich finde es ein bisschen ungewöhnlich. Ich als kleines Kind habe es so eine Kraft, dass man ihren Sessel ersch... Ja. Ist okay. Kegel. Und... Zack. Öh. So. Jetzt liegen alle. Hm. War der Teddy nicht noch, äh, in dem Geschenk drin? Genau. Tschü tschü. Ja. Dann wird man noch selber zum Kind. Und... Hätte man... Auch wieder gerne mal so eine Eisenbahn... Ja, Elefant, als musst du dran leiden. Da ist wirklich kein Teddy mehr drin. Aber ich hab ihn ja schon... Ich hab ihn ja eh schon entdeckt. Von dem her... Mach mal einfach mal hier die Kiste auf. Hallo. Hey, you found me. Klar hab ich dich gefunden. Du hast dich auch nicht gut versteckt. Mein Name ist Teddy. Nice to meet you. Hey, what's your name? Äh, mein Name ist Alfred. Not much of a talker yet, eh? Let's play a game. Echt? Wäsch. Wäsch es. I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. Come here. Turn around and cover your eyes. There. You can look now. So. Teddy, du hast meinen Elefanten nicht wirklich gut versteckt. Äh, den sieht man schon. He, you found it. Klar. Du hast ihn auch nicht wirklich gut versteckt. Von dem her. Wow. Ist das eine Musikbox? Does it work? Ob die funktioniert? Ähm, gucken wir doch mal, ne? Das ist eine schöne Melodie. Sie funktioniert. Sie funktioniert. Was guckst du mich so an? Willst du spielen? Will Teddy Umarmung? Nö. Was willst du dann? Was ist das? Das ist ein Buch. Five thirsty animals upon a dry, dry hill. We could use a drink they sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well, I think we'll have to bid each other fairly well. Oh. Oh. Does it run? How do you start it? Round and round and round. Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. We need some place very dark. Du willst an einem Ort, wo es sehr dunkel ist. Naja, will ich nicht wirklich, aber, ja. Innenschrank. Okay. Es muss noch nörder sein. Verkonten die Tür komplett. Es muss noch nörder sein. Verkonten die Tür komplett. Oh Gott. Das wird gut machen. Jetzt krieg ich aber Angst. Ich hab Angst im Dunkeln. Ich hoffe, dass es hier keine Monster gibt. Äh, Ruhe. Ich will keine Monster sehen. Wenn du dich in einem dunklen Ort fühlst, dann kannst du mich festhalten. Du kannst dich sicherer fühlen. Ich glaube nicht, dass wir hier sein müssen. Wir müssen sich vorsichtig sein. Ich mag es nicht. Ich mag es nicht. Nein, schlisch. Ey, mein Schrank ist irgendwie ziemlich hinten... eh... wir... Die Geräusche gefallen mir gerade gar nicht. Oh Mutti hast du mich gerade erschreit ich hab mir vor Angst in die Hosen gemacht jetzt musst du mir aber schnell die Wendeln wickeln. Boah ich hab mir vor Angst in die Hosen gemacht. Ähm... Guter Geburtstag darunter fisch dich was anderes Mutter. Äh... Lass bloß den Bär da. Ich will aber nicht lachen. Ich bin noch nicht müde mehr. Möhm... 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 Möhm ... Teddy... Teddy was is mit dir? Nicht abhauen. Ich hab Angst. Komm wieder her. Hallo? Ist da jemand? Ich höre mein Teddy wieder. Ähm. Ja, was passiert denn hier? Mein Bett bewegt sich. Und fällt um. Mir wird mein Teddy geklaut. Ähm. Hallo? Und dann stehen wir mal auf. Jetzt muss ich bestimmt mein Teddy suchen. Was ist denn das für ein Geräusch? Na ja, mach mal mal die Tür auf hier. Komm auf, hab ich gesagt. Das hört sich an wie ne Waschmaschine. Mutti? Alles in Ordnung? Mutti? Ich will nicht. Ich will nicht. Mutti? Ich will nicht. Ja. Mann. Mann. Machen wir hier mal aus. Irgendwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Und ich will es auch nicht wirklich ausführen. Nicht richtig. Wir müssen, um deine Mutter zu finden. Ähm, ja. Das Tor geht auf und hört sich an wie ein Monster. Sonst ist noch alles klar. Ich will hier aber Licht anmachen. Oh oh. Das bestimmt... Wer ist denn das? Also bestimmt ich, noch jemand und eine schwarze Person. Oh oh. Hab... Das hab ich gemalt. Hm. Gute Frage, nächste Frage. Also von da kommen wir, da gibt's nix mehr, müssen wir halt wieder runter. Ich will aber gar nicht runter. Wir müssen sehr ruhig sein. Ja, ich weiß, wir müssen sehr ruhig sein, um... Und ich denk... Was weiteres werden wir im nächsten Teil herausfinden. Was mit Mutter war oder was das direkt am Anfang war für ein Streitgespräch oder... Weiß der Geier was? Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, let's play among the sleep.